Guten Morgen meine Menschen, ich bin jetzt gerade hier um 6.38 Uhr wach, weil ich nachher zum Arbeiten gehe und ich bin zu der Erleuchtung gekommen, dass Rauchen voll scheiße ist und ich jetzt aufhören will, auf jeden Fall, weil ich nach 10 Meter Rennen oder sowas mega aus der Puste bin und kostet viel zu viel, so eine dumme Kippenschachtel hier. Die billigsten aus dem Nidl kosten trotzdem 4,58 Euro und das ist mir echt zu viel. Also ich habe hier eine Zigarette und die zerreiße ich und da ihr nicht glaubt, dass ich sie dann irgendwie halt noch zu Ende rauchen würde, mache ich jetzt einfach so den ganzen Tabak hier raus und schmeiße in diese Pfütze voll mit irgendwelchem komischen Scheißdreck. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. So und die nächste Zigarette, es tut mir leid für alle Raucher, aber ich habe echt keinen Bock mehr zu rauchen und wenn ich das nicht so auf diese Weise mache, dann rauche ich einfach weiter, nämlich wenn die dann vor meiner Schnauze liegen, dann rauche ich einfach weiter. Das ist normal und deshalb zerreiße ich die einfach hier schön in die Pfütze rein und hier noch zwei und ja, so und hier ist noch so ein Stummel. Ja, tschau Paps. Haha. Jao. Jao Paps. Nein, ich facke es jetzt nicht an. Also. So. Und als Krönung mache ich dann mega eklige Ramouladensauce noch oben drauf, dass ich das wirklich nicht mehr rauche. Ha, 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 ha. Ha, ha. Und dazu noch Gleitgel. Hu, 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 jetzt rauche ich es auf jeden Fall nicht mehr. Also, ich meine es ernst, ich will nicht mehr rauchen und vielleicht habt ihr jetzt auch Bock irgendwie aufzuhören zu rauchen und macht mir einfach nach und ich werde jeden rauchfreien Tag in Facebook reinschreiben und auch schreiben, wie es mir so geht dabei beim Nichtrauchen und ob ich irgendwie hüppelig werde oder ob ich es ganz gut schaffe. So weiter halt. Dank für Spaß. Peace und hau rein. Blö, 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 blö. Vielen Dank.